Gibt es Shadow Fight überhaupt? Das ist ein Spiel, was du eigentlich ganz allein spielen kannst. Wo ist eine Truhe? Truhe, 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 Truhe. Das ist keine. Aber hier unten muss irgendwo eine sein. Die könnten wahrscheinlich Gegner sein. Sind auch welche. Keine Truhe. Der hat schon ne Pomp. Der hat ne Pomp. Der hat ne Pomp. Lauf um dein Leben. Der hat ne Pomp. Ich hab keine Waffe. Was ist hier drinnen? Holz. Ich brauch kein Holz. Doch mal Holz. Tiger, ich spring gleich ins Wasser. Ich will auch die Truhe noch ganz schnell holen. Hol dir den noch ganz schnell. Da sind zwei sogar. Wo ist der Typ mit der Pomp? Wo ist der? Wo ist der? Schöne. Ich würde dir die Trinken kann. Ein Schül, die tricken kann. Nigger. Da. Das war's. Das sieht immer richtig geil aus. Ich bin in der Saun. Du musst eine Truppe Hangelhields suchen, aber hier ist gar keiner mehr. Hier ist gar keiner mehr. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Es ist hier gar keiner mehr. Ich muss den Baum abbauen. Ich wünschte, ich könnte diese, wenn der Weißen aus der Truhe ist, sie einfach zu Hangelhields schleppen. Und dann zählt das und dann öffne ich sie. Und dann habe ich meine Quest durch. Das wäre etwas behindert, aber das wäre etwas Gutes, wenigstens. Hätte ich die Quest durch. Alter, die beste Shot ever. Ist da oben. Das Haus wurde komplett destroyed. Deswegen geht das so scheiße aus. kein Gegner müssen hinlegen geht ja auch jetzt sieht man mich kaum in der Kamera ich lege mich so hin sieht man mich nicht mehr in der Kamera kaum noch ja 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 Was ist das? Das war der letzte Sprung, aber das war richtig schlecht. Ich finde die taktisch Rolfwünter finde ich tausendmal besser. Ich sehe immer dieses komische Zielfernrohr. Es sieht einfach behindert aus. Es sieht so aus wie eine Behindertenwaffe. Die Zone ist da vor meiner Fresse. Vor meiner Fresse ist die Zone. Was ist das? Die Zone ist genau bei Luke Late oder bei Pleasant Park auch ein bisschen. Das schwebt. Das schwebt gerade ein bisschen. Dieser Stein war ein bisschen nach oben. Noch ein bisschen nach oben patschen, ein bisschen schief. Im Life könnte er einfach runterfallen. Hört sich. Ist er kaputt. Auf den Boden fallen und er ist kaputt. Aber wie viel Fortnite sich Mühe gegeben hat für so eine fette Map. Digga, das sind die ganzen Detailien, die man machen muss. Kannst du ja nicht mal aimen richtig. Du hattest High Grounds sogar. Du hattest sogar High Grounds und du hast verloren. Du hattest High Grounds. Bei einer Equus ist es auch noch ein bisschen so. Mein Akku ist fast leer. Geht da bitte. Da liegt etwas Legendäres. Aha. Ach Gott, da schießt einer von hinten. Einmal hat er mich getroffen. Hat mich einmal getroffen. Schade, dass er keine Mini-Shellis hatte. Es ist traurig, dass du keine Mini-Shellis hattest. Was? Er braucht einen Mini-Shellis, Mann. Als ob einfach eine Granate perfekt getroffen hat. Na, eine einzige. Aber die hat mir so viel Schaden verursacht. Das... Dicker Scheiße. Jetzt habe ich keinen Mini-Shellis, Mann. Dicker... Ich habe keine Mini-Shellis. Du hast einmal mit dem Granatenwerfer getroffen. Und ich war direkt fast down. Fuck, ne? Fuck, Digga. Der ist in Ruhe sogar. Und ich bin... hast selbst in die luft hoch gejagt wow einfach nur wow das ist selbst in die luft gejagt das mache ich doch die einfach in die zone die die sohn ist bei einer kreis nervt aber das wasser zuerst gekommen dann hier das hier dann hier drauf gehen dann hier weiter runter so habe ich kein falsch angenommen die truhe wurde leider gelootet naja jetzt kämpfen zwei leute online nein 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 da hat jemand holz noch drei war und 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 Okay. 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 Fuck, Dicke. Ich hab Herzenfuckts. Wieder mal am Start. Ich habe zwölf Traps. Was? Ich habe zwölf Fallen. Und das ist hier die letzte Zone. In Anarchy Aquis. Ist doch einfach klar. Ist doch einfach klar, Dicke. Das muss weg, Dicke. Oh, Dicke. Oh, jetzt ist es weg. Die sollte eigentlich jeder sein. In den Häusern sollten auch welche sein. Da drin. Zum Beispiel. Warte, ich könnte es... Oh! Wie stehe ich da jetzt rein, Dicke. Oh, mein Gott. Ist doch kaputt. Ich versuche Gegner zu finden. Hier sind irgendwie gar keine. Könntet das ein Buschein? Weil hier sind tausende Wische. Nein, Mann. Das ist ein Gegner. Oh. Oh. Das ist ein Gegner. Hier sind doch die Letzten, Dicke. Ich gehe zum Trap Hole. Da ist einer. Ich bin von da hinten gesnipet. Dicke. Dicke, die wollen mich beide angreifen. Hä? Dicke, was willst du davon, wenn du... Wenn du einmal da rein kriegst? Daist. Ich gehe zum Trap Hole. Ja. Dicke, was ich rausgehe? Oh. Dicke, was ich trage? Baby Diggy Diggy